Wir haben einen neuen Lösungsansatz entwickelt. Wir haben das Projekt praktisch von hinten aufgerollt. Und zwar haben wir erst einmal 4 Gramme designt, die für uns wichtig waren und haben daraus Anforderungen für unser Projekt und unser Protokoll herausgefunden. Daraufhin ist ein neues Protokoll entstanden. Wir haben zwei komplett neue Programme praktisch geschrieben und auch neue Hardware eingekauft. Wie man sieht, ein neues Bluetooth-Modul und einen neuen Digital-Servor, der viel genauer ist als der alte Servo. Wir haben außerdem eine umfangreiche Testphase eingeführt. Wir haben praktisch alle Kinderkrankheiten ausmerzen können und natürlich als Einheit haben wir eine Plexiglasche Sieg dazu gebaut. Also wir haben wie gesagt eine eigene Platine, die wurde designt mit unserem Lehrer gemeinsam und haben wir eben aus China bestellt. Dann haben wir das Bluetooth-Modul neu eingekauft und die Abstandssensoren haben wir eben 4 Stück. Rechts einen, vorne zwei und links einen. Dann haben wir eben das Kompass-Modul, was wir von euch bekommen haben. Und den neuen digitalen Servo, der einfach genauer sich drehen kann, wodurch wir eben besser lenken können. Ja und zur Software, im C-Sharp haben wir in der DLL eine Hauptklasse, die einfach alle Funktionen eben bereitstellt, die man braucht, um den Roboter zu steuern. Und dann haben wir drei Zusatzklassen, die eben auf unsere Diagramme, die wir designt haben, speziell angepasst sind mit speziellen Methoden und so, die man halt zusätzlich braucht. Wir brauchen zum Beispiel das Wand entlang von einer speziellen Methode. Und dann haben wir auch noch eingebaut einen Logger, der einfach alle gesendeten und empfangenen Pakete in einem Text-File speichert. Und das C-Programm auf dem PIC besteht aus dem Hauptprogramm, wo die Pakete, die empfangen und gesendet werden, verarbeitet werden einfach. Und die Logik spricht dann die einzelnen Hardware-Teile an, wie zum Beispiel den Servo oder die Sensoren. Das zweite Sorkin waren von uns die Infrarotsensoren, da wir nicht gewusst haben, wie stark sie streuen, da sind nämlich Infrarotsensoren. Sie schicken einen Infrarotimpuls heraus, es baut einen Gegenstand ab und durch Triangulation wird halt die Entfernung ausgerechnet. Das Problem war, wenn man sie in einer Reihe zum Beispiel schaltet, stören sie sich gegenseitig. Und da hatten wir vor allem Angst, wenn wir vorne die zwei anbringen, dass die Signale einfach sich gegenseitig stören. Aber dadurch, dass sie in einem leichten Winkel voneinander wegschauen, stören sie sich nie. Und ein weiterer Faktor ist die Performance. Die Verarbeitungswege beim Roboter sind extremst lang. Man kann praktisch, bevor ein Sensor-Input kommt, dauert es ca. 2-3 Sekunden, bis der Sensor wirklich erkannt, dass etwas passiert ist. Bleib so stehen, Christian. In welche Richtung fordern? Nach hinten. Wo ist hinten? Nach hinten. Zu mir, ok. Einpacken. Ganz deutlich. Das wäre halt die State-Machine gewesen. Das wäre ein Packer. Das haben wir schon mal gemacht. Und... Er braucht mit Einpacker ist er noch nicht. Nein, aber zumindest... Also was immer wichtig ist, man braucht am Anfang einen Initialize-State und am Ende einen Dispose-State. Im Initialize-State werden halt Verbindungen aufgebaut und die einzelnen der Com-Borden alles gesetzt. Und im Dispose wird halt die Verbindung wieder getrennt. Ja, dann haben wir noch einen mit Hinderniserkennung. Nein, da können wir z.B. die Kiste nehmen. Da ist eben das Problem, was wir gesagt haben, mit der leichten Verzögerung. Das ist einfach nur so simpel jetzt gemacht, dass er fährt geradeaus und wenn einer das in Sohn anschlägt, dann bleibt er stehen und dreht, je nachdem welche Seite es ist, nach links oder nach rechts greift von vorne. Wie gesagt, das ist eben jetzt relativ starke Verzögerung. Er sollte eigentlich schon da vorne das Hindernis erkannt haben, aber braucht relativ lang, bis er wirklich stehen bleibt. Ja, das ist jetzt nur zu zeigen, dass die Sensoren reagieren praktisch. Er hat jetzt dieses, der Wandsensor hat angeschlagen, d.h. er hat erkannt, von links kommt ein Gegenstand und jetzt hat er nur symbolisch nach links eingelenkt. Das ist jetzt nicht nur, dass er hinfährt, sondern dass er nur zu zeigen, dass die Sensoren wirklich anschlägt. Genau.